Mit SYNC 2 und Sprachsteuerung, der neue Ford Ranger bringt Sie immer eine Idee weiter. Unfassbarer Leichtsinn im Zoo von Toronto. Weil eine Mütze hinter die Absperrung des Tigergeheges gefallen ist, klettert diese Frau über die Absperrung, während nur wenige Zentimeter entfernt eine der Raubkatzen aufgeregt hin und her läuft. Beide trennt nur noch ein Zaun. Aufgenommen wurden die Bilder von einem Zoobesucher. Sie zeigen außerdem, wie die Frau nach der Aktion von zwei Männern konfrontiert und wegen ihrer Leichtsinnigkeit beschimpft wird. Besonders brisant, der Zwischenfall soll sich am Samstag geeignet haben. Nur einen Tag, nachdem eine Tierpflegerin in Florida von einem Tiger getötet wurde. Die Verantwortlichen des Zoos wurden erst durch das Video auf den Vorfall aufmerksam. Sie haben eine Untersuchung angekündigt. Die Vielen Dank.